Mein Name ist Holger Stromberg. Seit jeher beschäftige ich mich mit Lebensmitteln, bin im elterlichen Gasthaus aufgewachsen und quasi wie Obelix ins Fass gefallen. Nach vielen Jahren der extrem beanspruchenden Arbeit spürte ich täglich körperliche Beschwerden. Da wurde mir bewusst, dass ich selbst als Koch sehr wenig über die Bedeutung von Ernährung wusste. Aus Selbstzweck und mit persönlich hohem Interesse entwickelte ich mich über 15 Jahre zum Ernährungsexperten weiter. Ein wichtiger Faktor in der Ernährung ist die ausreichende Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren. Da der Körper sie nicht selber bilden kann, müssen sie über die Nahrung aufgenommen werden. Deswegen verwende ich hochwertiges Algenöl, was in keiner Küche fehlen sollte.